Hier wird Erdgas transportiert. Das ist wertvoll. Deshalb sollten Sie genau wissen, was durchs Rohr fließt. Flow 6600, der Ultraschall-Gaszeller von SICK, übernimmt das für Sie. Genau. Zuverlässig. Langzeitstabil. Unter allen Umständen. Spezielle Ultraschall-Sonden geben ihm einzigartige Leistungsreserven. Falls sich die Messbedingungen verschlechtern, Flow 6600 bleibt die Ruhe selbst. Druckschwankungen sind kein Problem. Flow 6600 misst immer präzise. Bei Verunreinigungen und Unterschreitungen des Taupunktes zuverlässige Messung ohne Wenn und Aber. Auch Störgeräusche in der Leitung stören nicht. Hochgenau wird weitergemessen. Mit einem Wort? Flow 6600 gibt der Messung Langzeitstabilität. Und das spart Kosten. Nämlich Ihre. Außerdem ist Flow 6600 sehr kritisch. Selbstkritisch. Alle Störungen meldet er frühzeitig. Sogar die eigene Messung kann Flow 6600 überwachen. Auch unabhängige Doppelmessungen. Kein Problem. Alles passt in ein Gerät. Flow 6600 zählt Ihr Erdgas. Zuverlässig. Seit 10 Jahren.